Thema Urlaub Reisen Urlaub Meer Reisen Sie in Urlaub ans Meer? Ja, ich gehe. Wie oft gehen Sie in Urlaub ans Meer? Zweimal pro Jahr. Wann gehen Sie in Urlaub ans Meer? Im Sommer. Ausland Gehen Sie in Urlaub ins Ausland? Ja, manchmal. Wann reisen Sie in Urlaub ins Ausland? Im Juni. Wie oft gehen Sie in Urlaub ins Ausland? Einmal pro Jahr. Sport Treiben Sie Sport im Urlaub? Ja, ich treibe Sport im Urlaub. Welchen Sport treiben Sie im Urlaub? Ich spiele Fußball. Wann treiben Sie Sport im Urlaub? Am Abend Am Abend Fahren Sie gern Auto in Urlaub? Ja, ich fahre. Wann fahren Sie mit dem Auto in Urlaub? Im Sommer. Zeit Was machen Sie in der Freizeit im Urlaub? Ich spiele Fußball. Wann haben Sie Zeit für Urlaub? Im Sommer. Wann machen Sie Urlaub? Im Sommer. Wann werden Sie Vielen Dank.